Und einen schönen guten Tag, eine weitere Runde Ghost Reap in Widenens, Ghost to War mit Danu, Alex und Kumpel. Die wilden Lande. Der krasse Dude, der bin ich, hallo. Nach zwei Level dann neuer Sniper. Wir sind... Der Viggo. Komm wieder die Map. Schaut doch nicht, hä? Aber diesmal nicht unterschätzen. Clara Himmel, 19 Uhr. Ja. Clara. Die Lara. Wo ist's wurschtig? Nein, Clara. Lara, ja. Odessa. Lara. Ratzk de God. Bin ja ein Gott. Clara Himmel, 19 Uhr. Zeit für ein Barbecue. USB ist auch dabei, OBS. Falsch geschrieben. Ja, USB. USB ist alles. Das ist ein Osborn, das ist die Abkürzung, die offizielle. Osborn, Odessa. Der ist in der Arroganz, ist geil. Oh, der ist aber schade. Arroganz ist egal. Ein bisschen runtergegangen. Richtig romantisch. Ramondisch. Ramondisch. Ich geh da mal links, sag mal. Ramondisch. Ach, die Map ist das. Nicht dieselbe nochmal. Probier's mal jetzt Nightwishen, der geht gar nichts. Probier's mal. Es gibt gar nicht so viele Maps, die ich gedacht habe zuerst. Die ist aber schön, die Map. Was hast du gesagt, Alex? Es gibt gar nicht so viele Maps, die ich gedacht habe zuerst. Hab ich gesagt. Hast du gesagt, Alex? Wir haben einen Hunter. Mehr als Rainbow Halle. Wie siehst du dich immer so früh? Schneider geht nach ganz links außen. Scheiße, da bin ich. Können wir in der nächsten Runde links spotten? Ja, hab ich ja eben schon. Ne, einmal links lang. Achso, bist du ja bei mir. Hä? Was war das denn? Endtap Enemy Activity. Komm, wo ist den Sniper, Alex? Ja, wenn ich weiß, wo er ist. Oh. Wo ist denn? Wo sind denn alle? Das ist die Frage, Jones. Die ich gar kennt. Empfange Signal vom Aufklärungsturm. Er ist fast an sich. Die Zone kommt nicht wieder. Ja, ich sehe halt nichts da hinten. Irgendwie bis jetzt. Man ist sehr gespannt, merke ich. Man ist sehr konzentriert. Wo sind sie? Wo sind die Gauner? Wo sind die Gegners? Warum ist denn jetzt meine Sicht so verliebel? Oh, oh, da ist ein Gegners. Kann ich durch die Blechhütte schießen, Dalu? Kann ich durch die Blechhütte schießen? Ja, nur durch die... Ein bisschen durch die Wände müsste gehen, aber nur so einzelne Wände. Da ist ja. Das ist überhaupt nichts, oder? Hier sind zwei bei uns. Jetzt doch, da ist einer. Der andere? Da ist der Sniper. Da drin ist aber noch einer. Da drin ist auch einer. Ja, ja. Dann pushe ich jetzt, ne? Push mit. Alter, warum wird es so dunkel auf einmal? Wom 18 Uhr gestartet? Fuck, ich sehe, ich werde nix mehr. Geht's. Ja, hier ist scheiße gerade. Ausklärungsturm wieder online. Gut, geht voll davon. Oh, da, ich sehe mich, ich sehe mich. Da, da läuft ja, da läuft ja. Der war einfach... Stand komplett offen, Alex. Ja, ich sehe ihn. Das ist mal etwas, glaube ich, vor mir. War das der Sniper, der mich gekillt hat? War das der Sniper, der mich gekillt hat? Mich hat Rath to God gekillt. Das war dein, Nate, das Doppelte. Ja. Ja. Das kriegt sich da nicht kundeneinander, oder? Da läuft der, da läuft der, da läuft der. Hier. Der Rath müsste da irgendwo sein. Der kommt auf euch zu, Baumstämme ist er gerade. Ich habe markiert, ich habe markiert. Da ist er. Alex, er läuft auf dich zu. Du bist am nächsten Mann dran. Nein. Da muss ich bei Alex, macht mich verrückt. Ich sehe ihn. Ich habe ihn downed. Schön. Das war aber wieder nicht mein Killer. Achter, ich sehe bei Alex halt nichts in der Termine. Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. War das noch ein zweiter? Das bei dir sind beide? Weiß ich nicht. Alter, das ist voll schwer mit der scheiß Sicht. Platzieren die Mine, Leute. Na, einer rennt nach rechts weg bei mir. Ja, einer rennt. Hab ihn gehittet. Rechts und hier. Der ist bei den Baumstern. Ja, ja. Hallo, pass auf. Lol. Ich glaube, der wusste nicht, dass du da bist. Okay, das war der. Du weißt, du Gott, war immer noch der, der mich gekillt hat. Ja, der ist hier hinten. Oh, der ist hier hinten. Ah, da. Auf dem Baumstern. Oh, jetzt habe ich ihn dir gezeigt. Vielleicht bringt das was. Ich habe gehofft, der ist weiter unten. Holy fuck, ey. Hat der gar keinen Recoil, der Typ? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er. Ist er dahinter? Ist er dahinter? Ist er dahinter? Ist er dahinter? Oh, du musst zu den Kundran laufen. Lauf zu Kundran. Wenn du das Ding tappst, würde er das hören. Aber er... Ich würde zu Kundran laufen. Ja, Kundran ist am weitesten von ihm weg. Will ich sie machen. Weil er wird jetzt gleich seine Leute aufheben. Ja, ich bin bei den einen gerade. Ja, aber da liegt sogar eine Hände dran. Also bei dem musst du... Ja, war doch da in der Nähe. Er war dahinter. Ja, jetzt hat er den Sniper aufgehoben. Der liegt auf meiner Leiche. Er liegt da unten auf der Straße bei Kundran. Stimmt. Ah, du liegst an meiner Leiche? Oh, der. Wir sind alle tot. Ich sagte, Kundran lebt. Links von dir. Hinter dir, genau. Hinter dem Baum da. Zwischen dem Baum. Nice. Das war gut. Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Der muss auch irgendwo hier sein. Oder ist weitergelaufen? Das ist klar, nicht. Aber macht. Ich wurde immer. Okay. Wenn du da nicht bestätigst. Oh, er hat eine Doppelleiche. Ich habe eine Doppelleiche. Ich habe noch Kippen gemacht. Danke. Ich habe glaube ich immer noch Kippen gemacht. Ja, habe ich. Wir sehen. Komm. Jawoll. Boah, die war gut gemacht. Gut gemacht so aus, ey. Meine Mine ist nicht hochgegangen, ne? Nö. Nö. Aber mit links war ich. Ganz links. Wie weit vorne. Er hatte keinen Weitwinkel bei der Kamera. Wie sind die, oder wie er heißt. Und wie viele Punkte? 300. Das ist auch nur... Das schaffe auch nur ich. Gleich wäre ein Level ab. Revive macht echt viel Punkte anscheinend. Ja, Spotten macht das meiste. Rasieren, so wie ich gerade mache. Viel Punkte. Blamieren, aber... Blamieren, gescheit. Ich habe einen Pistol-Headshot gemacht und der gibt 85, aber er hat wenigstens extra Punkte gegeben. Klarer Himmel. Um 8 Uhr Minuten nach 8. Was? 19 Uhr, 8. Das ist eigentlich schon krass, dass der Einsatz nur 8 Minuten dauert. Wusstet ihr... Okay, das ist jetzt für die Zuschauer, ist das irrelevant, weil dann schon vorbei ist. Walking Dead fängt einfach nächste Woche an. Echt? Ja, voll krass. Das hat sich schon angeschlichen. Ja, genau. Ich dachte auch nicht, dass das alles... Ich hatte letztens, habe ich mal überlegt, müsste dann Walking Dead nicht Ende des Jahres auch weitergehen? Dann gucke ich so, oh, nächste Woche? Geil. Wann denn? Gab es einen Trailer oder sowas? Ne, der kommt doch erst wieder und wird dann wieder gehatert, weil er Teaser heißt. Und nur 30 Sekunden geht, weil die Leute ja nie den Unterschied zwischen Teaser und Trailer wissen. Achso, ja, ja. Wann kommt der denn? Also wann geht es los? So wie bei Game of Thrones, die hatten doch auch erst einen Teaser rausgehauen. Und da haben alle drunter... Da wurden einfach nur die Faceless-Gesichter gezeigt und das war es so. Was ist das denn für ein schlichter Trailer? Kein Trailer, steht sogar ein Teaser im Team. Ein Unterschied. Wann geht es denn jetzt los? In mindestens zwei Minuten. Der Sturmtyp geht ganz rechts außen lang. Alex, was? Wann geht es denn los? Drei Mal gefragt. Inzwischen sechsmal gefragt. Ja, die Runde läuft schon seit ein paar Sekunden. Nee, man, Walking Dead. 23.10. Ich hole den Gott, hole ich von rechts. Der Gott pusht rechts rum. Ja, ich bin hier auch am weitesten rechts von euch. Das glaube ich, du bist auch jetzt da rein. Ich bin super weit rechts. Was? Super rechts. Was? Super rechts. Ultra rechts. Das ist sowas wie Super 8. Super 8 ist schlimm. Normal geht. Was super und nein. Wo sind die denn so? Außer der rechten. Und ran. Mach mal deinen Spot Spot. Ja, hat noch zu dir. Oh, scheiße. Auf mich bin ich geschossen. Hallo? Hast du gekillt da? Das war ein anderer. Nein. War der Rekrut. War der Rekrut von irgendwo links. Bei dir. Sniper, ja, ja, ich. Hallo, Sniper? Der Typ verunsichert mich, der eine da. Wo campen die denn rum hier? Ja, hier muss einer sein, irgendwo. Na ja, da rechts ist einer, aber wo sind die anderen? Ich habe einen markiert, also ich mache einen Marker immer drauf. Ja, da. Ja. Das ist die Waffe nicht für geeignet, da wollen wir sie näher ran. Wo war der Sniper nochmal? Ganz hinten. Aufklärungsturm wieder online. Ah, da hinten ist wer. Da hinten. Direkt da. Ja, habe ich ihn von mir gesehen. Ich habe ihn getroffen. Immer noch da hinten. Der andere ist im Haus hier drin, ne? Was sind noch zwei? Ah, ne, drei. here. Ah, das ist jetzt eine Frage. das wird langsam dunkel da ist einer ich markieren zwei stück da der hebt auf der hebt auf der racer zu gott soll ich pushen von rechts ne das könnten bait sein ne der hebt auf das ist ein mörser ja das war von dir war meins ein handgranaten oh er hat mich fucking herrlich dachte ich kann du mit gott oh gott da brauche ich ja ewigkeiten um dich zu fehlen ja die waffe ist nicht für die entfernung gedacht ist zu weit ich habe immer noch nicht gecheckt von wo du geschossen hast ne der hat sich auf deiner seite in Deckung gebracht ich weiß auch dass ich hier bin guck doch war der grad vor dir? der kann nicht mit der pistole wenn du dich bewegen also wenn du läufst ne dann schafft es mit der pistole eigentlich nicht die zu killen ich hatte von der pistole instant das deckungsfeuer gedöhnt ich habe nichts mehr vernünftig machen können ja da mal gucken vielleicht kommen sie mit rein gerannt das war aber leider der aufgehoben oder rechts rechts siehst du ja geradeaus von dir von deinem character look hinter diesen holzstämmen ja ich hoffe du hast ihn gesehen ich weiß nicht ob da noch einer ist da hinten weil es ja zwei hier sind was ist das da generator strom generator oder so glaube ich du siehst ihn da hinten bei mir ist sicher bei mir ist sicher kein osten richtung osten hat er sich bewegt da oben meinst du? ne relativ close an einem haus würde ich sagen war der hier vorne? ja also auf der anderen seite des hauses wenn genaue entfernung kann ich dir nicht sagen ich habe vor dir ne leiche im gras der kaputze liegt da 100 meter weiter lag da war das im grad ok? ich wollte von rechts kommen warum wird die leiche noch als warm angezeigt? weil die leiche auch frisch ne frische leiche danke lieber alexander das ist sein name grüßen die natürlich jetzt auch vielleicht ist ähm geht jetzt einer zu den beiden toten ja ja wahrscheinlich weil der eine tote ja komplett offen liegt ja aber wenn ja keiner mehr da war arroganz soll ich die aufheben? ja hier schießt der der sniper schießt oder? ah ne quatsch wenn du zwischen den spielern hin und her wechselst hörst du einen sniper schuss wirklich ja stimmt ja guck mal der schießt ja schlag dich nicht so faul rum du faulsack dann gehen wir uns nicht verlassen 53 Sekunden ich weiß nicht ob jetzt irgendwie versuchen wollen stimmt wir sollten den Turm einnehmen die spielen auf unentschieden kann einer den Turm tappen einfach versuchen und wenn das nicht klappt verstecken wir uns ebenfalls weil wir haben keine andere Wahl Scheiße hinter mir hat sich komplett rumgeschlichen war schon da wo ich aufgehoben wurde Alex du tappst warum Alex? nein 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 jetzt können wir es vergessen was können wir vergessen wenn du jetzt tappst erschießt er dich also jetzt solltest du auf unentschieden spielen haben wir ihn getroffen? scheiße wir haben Verlust versteck dich bitte Alex sind die beide sind die beide da aus ne sind sie nicht ja aber gut oder? und in Steven geht einer weiter runter ach so ok dann gibt es gar keine Punkte genau wo war der letzte denn von denen? also der vor mir war klar aber der andere der Sniper hat sich bestimmt nie weg bewegt der war bestimmt immer noch in dem Wald auf der anderen Seite den Sniper hätte ich halt bekommen müssen ey aber war eigentlich ganz gut gespielt insgesamt ich meine die haben auch nicht gewonnen dadurch ne wie ungewöhnlich die Leute da waren bei denen direkt rauslieben ne die bewegen sich nicht ja die schlagen halt einfach die waren die ganze Zeit tot die Beine na und? gut aber davon muss ja ausgehen oder nicht? aber wenn du dann so lange rumliegst ne Pechkampfer hast du scheiße gespielt so weißt du? ja natürlich aber denkst du jemand der scheiße spielt hat danach auch noch Geduld? das haben die ja nicht mal bei Rainbow dann gehen die auch sofort wieder raus wenn sie tot sind dann suchen sie lieber neu hier in zwei Minuten bis sie wieder tot sind aber wie lieben die denn hier? wie hast du das von geschafft dass man liebt? im normalen Spiel kannst du einfach Escape drücken also sobald es geladen hat oh ich frag mich ob es hier noch eine Spielmodi geben wird nein glaube ich nicht er capture the flag legal wir haben für die Feinde dagegen das halten wir aus also irgendwas wie äh Conquest Kämpferse Flag ist an sich eigentlich der undurchsatzeste Spielmodus der PvP-Geschichte aber macht vielleicht nicht viel Sinn weil die Runden eh so schnell sind also wenn du nur ein Leben hast macht Kämpferse Flag keinen Sinn dann gewinnt dir das Team was sich in der Base versteckt ja ja Rekrut Jäger also wenn ich jetzt schon hier rangehe ach geht nicht gerade ich hatte gerade kurzen Schuss auf einen Jäger pusht weiter geht auch tatsächlich runter oder? ne geht doch nicht runter ne geht nicht runter ich hör auf den Polo der Polo schießt auf die Drohne oh Bullet Drop fuck Rambo wäre fast down gewesen der Stein hat die Kugel geschützt so wo sind sie haben wir schon wem Alex ne ich sehe halt einen einen Verdacht umkämpf oh ja ja Rambo da schießt Daniel schon drauf der Rambo hat sich eigentlich wieder verzogen ich sehe da so ein Spaß Bruno kommt gleich wieder Empfange Signal vom Aufklärungsturm er ist fast at tief oh fuck oh der ist ja ganz weit im Norden Alex war das auf tief? was ist los Kapuze? war das auf tief Alex? nö nö ich hab ihn markiert naja da oben ist er unter dem läuft noch einer lang da liefen zwei ah am holz hier vorne direkt oh und gut ist wieder es fehlt immer noch einer oder? ja einer ist irgendwie verschollen oh da habe ich keine Ahnung muss ich gestehen hast du gesucht? also nicht gefunden? oh Kunder oh Kunder das war mutig Kunder ist festgenagelt Kunder ist festgenagelt das Wort wird nicht mehr was? interessant das war jetzt interessant Kunder nicht der Klaus Kalu dieser Weigo da oben rechts er ist auf den holzstapeln da im der Weigo der sniper du siehst ihn sogar ja der ist da oben irgendwo der erinnert auf mich ne das ist er nicht naja das ist er doch da ist auch noch einer ok die wissen drei leute oh die schießen noch die wand durch das ist aber nicht nett nimm mich halt da müssen wir uns glaube ich ein bisschen zurückziehen gerade ja ne zurückfallen nicht ziehen ich bin wieder auf Drawn ne ja noch ist die Runde ja lang hinten war doch einer oder? also da ja so in der Richtung auf jeden Fall ja ne krase Dudes sind das ist halt blöd dass das Tappen angesagt wird das Problem ist ja gut ja bei mir ist einer bei mir ist einer super close hab ihn aber das war der Jäger dann zieh dich mal zu der hier zu der Kiste nach hinten zurück und heil dich da ok komm kommst du zu mir dann und verteidigst die Leiche vielleicht oder so ok und da dran heilen ok danke musst du eh gedrückt hören jup ok wieder dunkel wann war man jetzt? ähm ich weiß nicht ob ihr es wisst wahrscheinlich schon aber wenn man nur auf den Gegner zielt wird er automatisch markiert ja ja kannst du ausschalten wenn du im Visier bist mit V ok ok ah da ist er dahinter 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 hinter dem Zaun hinter dem Zaun er hat sich ganz fünf Meter weiter bewegt ja aber er ist noch dahinter ich denke er ist nach links rüber gelaufen Dane wo äimst du hin? ich bin immer nur auf der Suche nach irgendwas was sich bewegt ich hab noch nichts ah! ich seh den Schlese ja der wird sein Kopf aber jetzt nicht nochmal zeigen aber ich kann versuchen den zu umlaufen weil wir müssen ja langsam Action machen also du sein ne ähm Alex ich glaube der wird uns pushen scheiße bei mir irgendwo ja ich seh ihn alter ich komm zu dir wo ist er denn genau er ist da er war eigentlich da also er müsste warte mal bei mir auf der anderen Seite von den Holzschlemmen ne 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 ich bin ja doch ich stehe halt genau den haben sie den haben sie ok Alex kannst du denn aufhören dann werden wir gleich wieder rausfinden ne werde ich nicht schaffen jetzt kannst du jetzt müsstest du dran können scheiße wir haben verloser are you kidding war's markiert Kapuze ne keine Chance ach so dann alter du bist auch markiert Alex ich hab mich selber markiert einer liegt im Haus drin und da ist der Sniper wenn ich die ganze Zeit dachte dass da wer ist ok da oben alles klar so der Sniper ist also da hinten und hier ist der Typ oh granate granate Alex ja kurz zu kurz von Anfang an ist der Sniper da Alex what the fuck polischt links rum gepusht andere Holzstämme du hast es hoffentlich gesehen vor dir die obendrauf Airboy Alex der letzte Sniper ich liege glaube ich nicht für den Sniper sichtbar ich komm halt nicht an den Sniper ran also ich hab jetzt keine Ahnung wie ich das mache du musst einen aufheben und dann lass mal die Scheiße weg eine Minute 14 du kannst dich jetzt du kannst dich jetzt auch nochmal verstecken ich komme nicht ran ich weiß nicht ob er mich sieht der Sniper hatte auf jeden Fall schon hingeschossen ich würde sagen der einzige der entsprechend gelegen hätte versteckt die andere Sache die man versuchen können ist du hebst keine Ahnung wen auf einer von euch versucht einfach mich aufzuheben just random und wenn es klappt dann versuche ich ihn noch abzuschießen und wenn es nicht klappt dann verstecken wir uns ja bei mich könntest du glaube ich oder genau du hast gleich einen Auftrag Cabuza du musst jetzt nicht aufheben ich hole den Dalo ja du jetzt stellst sofort Dalo auf und go los los ich spotte mich und renne los auf ihn zu ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot okay kaputt du bist geschossen versteck dich ja ja leg dich am besten hin da komme ich wenig hinten wenn er den 2. Sniper hat kann er durch holzdinger schießen wenn du hättest dich jetzt markiert wäre es einfach auf die straße gerannt und wenn ich geschossen hätte ja ja und wenn ich gelebt hätte dann hätte ich vielleicht gesehen wo er ist er hat sich halt auch nicht weg bewegt er kennt wahrscheinlich meine klasse weiß dass ich mich selber spotten kann so kann das spiel natürlich auch gewinnen wenn man einfach die ganze zeit irgendwo liegt aber das spiel hätte ich nicht gedacht dass das so viel spaß macht er verliert tatsächlich weil die teammates angepisst sind weil er nichts macht er ist auch rausgegangen oder ist es ja gewesen nee guck mal 1095 punkte nein rex the god ist nicht der sniper ich bin mir sicher auf rambo nicht er hatte so ganz der irgendeine capstock in der mitte noch gehabt irgendein großgeschriebenes das muss der gegangen sein der halt gelieft ist der polo war der der auch immer vorne irgendwie bloß reingelaufen ist und zwei draws in einer folge also hat man noch nie so ein langes match so ja weil das richtig sprang das würde ich mir gerne mal ist was ich mir vorstellen wenn es wirklich mal in drei overtimes geht weißt du wirklich taktisch davon aus geht es okay kommen wir hauen ab wir spielen noch eine runde ich kann mir gut vorstellen dass es wirklich die taktik die durchaus funktioniert eine runde holen und dann erstmal warten bis die das ist den e-sport vorstellen sofern alle klassen für jeden verfügbar wählen nicht so ist dann schließen sich eine selber ins bein oder die sport ist immer etwas was halt lange lebt in dem sägewerk in dem großen ist der eine drin ist der jäger drin und drin der sniper steht da komplett offen auf dem berg drauf das geile ist er kann uns nicht abhängen weil er hinterm ding steht das diesmal übrigens das war auf mich oder ich habe auf die kisten geschlossen damit wir bloß in keinem rennen ja nun die animation sind echt geil wenn man liegt und so sucht mich mal ist um die ecke ist krass da muss ich eine wand machen und dann legt ich jetzt mal drüber zee so wie du jetzt bist ja du musst weiter an die ecke sozusagen ja das ist ja cool würde ich verarschen wo seid ihr auf den berg bei denen die kämpfen beiden wahrscheinlich war ganz außen er liegt im bus wo meine den turm mit man ihn sieht ich hole den turm sind wer schießt kapuze halt dann wissen wir wo er ist oder der turm geht durch ja klar rechts außen ganz rechts außen von mir auf meiner seite fast am maprand letzter möglicher stein da ich kann nicht den hol ich jetzt da ist er tot da reicht das camp nicht aus richtig wie hyänen sind wir auf ihn losgelaufen richtig nice ich glaube das ist sogar mein kill ja da hat das camp nicht mehr gereicht zum gewinnen nix habe ich eingehackt und nun habe ich ihn gesehen es gab auf jeden fall ziemlich viele punkte und spannendes match wer war dran zweiter platz hat auch noch eine ahnung ich glaube du ich habe mich davon wenn es euch gefallen lasst keine parkour farm die medid wie sehe ich hier wie die wie hey wie 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 sie